Die Turnier-Direktion Peter Vett und Jens Dilling Hallo, kannst du weiter oder brauchst du Pause? Der muss spinnen. Ay-Josja Barinski Und am Tisch Juanessa Bartl Mit Coach Jannik Welch Vom besten Tischtennisverein der Welt CVR im Unterastrach Juri Postnikow schlägt auf Hat hier im Oßmannsdorf gespielt Matthias Die junge Dame Mit der Aufrufhange Ja Steht doch So Und dieses Video gibt es dann als Aufnahme möglichst komplett Unser Bartl gegen Postnikow Postnikow Leberkästurnier 2018 Das hat so ganz nebenbei Mit Teamkamerad Stehen wir mal ein Kreispokal geholt Der Postnikow Lang ist her Vorher So zu sagen Das hat schon wieder begonnen Ist doch gut Ecksteine So Also wie gesagt Rest auf Stativaufnahme Jetzt ist Feierabend